Also ich lass mich sicher nicht impfen, weil das ganze Gift, das was die in uns rein spritzen. Das ist ja Wahnsinn. Nein, mit mir nicht. Ja ja, aber Raucker und Sofa, das können wir. Das ist nämlich überhaupt nicht ungesund. Da ist nichts schlecht drin. Sicher nicht. Und außerdem, das ist ja nur eine Geschäftemacherei von den Pharmafirmen. Die wollen ja nur den Katzklumpen da anbringen, damit wir das kaufen und uns rein spritzen, damit sie Geld, Geld, Geld machen. So schaut's aus. Ja ja, Geschäftemacherei, klar. Aber es wird schon ein altes Bandsprichwort gesagt, du musst schneien, wenn es schneit ist. Und das ist klar, dass die das dann verkaufen, wenn es gebraucht wird. Und dann können sie jeden Preis verlangen. Das hat aber nichts damit zu tun, ob es jetzt wirkt oder nicht. Weil wenn man sich nämlich die Zahlen anschaut, dann sieht man ganz genau, dass viel mehr Ungeimpfte krank sind als Geimpfte. So schaut's aus. Und unsere Politiker, die kennen sich sowieso nicht aus. Die sind ja so deppert. Jetzt gehe ich erst recht nicht. Grotzfleisch. Die werden mich kennengelernt. Ja ja, die Politiker. Ich sag ja, man muss das Geringste übel werden. Aber nur deswegen, weil man Politiker nicht mag, nicht impfen zu gehen. Das ist ja ein Spiel mit der eigenen Gesundheit. Ich mein, wie blöd muss man da eigentlich sein? Weil, helfen tut's ja. Egal, was die Politiker sagen. Da muss ich an mich selber denken und an die anderen, die ich schütze. So schaut's aus. Also zum Schluss noch zusammengefasst gesagt. Gegen Corona kannst du impfen. Gegen Blödheit leider nicht. Da gibt's noch nichts. Wir sind im 21. Jahrhundert. Wir wissen, dass das wirkt. Aber es gibt Leute, die glauben das einfach nicht. Leon, wir sind nicht mehr im Mittelalter. Denkt's ein wenig nach und denkt's auch an die anderen. So schaut's aus. Für dich. Bis zum nächsten Mal.